Servus Leute, Alomo hier und willkommen zu einem Destiny 2 Video. Ja, ihr seht's, ich bin bereits im neuen Turm, wie soll es auch anders sein. Und ja, wie auch in Destiny 1, möchte ich euch hier eine Kleinigkeit zeigen, mit der ihr euch die Zeit vertreiben könnt, während eure Kollegen hier irgendwie beschäftigt sind. Und ja, dazu kommt ihr einfach mal hier rüber, rennt dann diese Säule langsam hoch, mitten auf diese Brücke und hier, da seid ihr vielleicht schon dran vorbeigelaufen, wenn ihr da nah genug ran lauft, steht hier, heb mich ja nicht auf. Wir gehen das Risiko jetzt trotzdem mal ein und heben, was auch immer hier liegt, auf. Und ihr seht's, zack, ich bin ein rotglühender Guardian. Links steht's auch, der Boden besteht aus Lava und ja, der Boden besteht wirklich aus Lava. Hier auf dieser Brücke bin ich noch in einer Safe Zone, aber sobald ich den Boden hier berühre, Autsch, nehme ich Schaden und ja, ihr seht diese leuchtende Lichtsäule hier vorne. Das ist jetzt mein Ziel und zwar davor zu kommen, ohne den Boden zu berühren. Die kann entweder wahlweise hier sein, in der Mitte dieser Brücke oder hier rechts auf dieser Plattform. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, ob ich das schaffe. Ja, da bin ich schon mal abgestürzt, noch einmal nach oben und ja, jetzt gucken wir mal, ob ich den Sprung hier rüber schaffe. Auf das Geländer, nein, habe ich nicht ganz geschafft, aber hier auf Metallflächen, da seid ihr für gewöhnlich sicher. So, jetzt bin ich schon ziemlich nah am Ziel. Auf dem Geländer balancieren, auf diese Plattform und Alomo hat die Lava-Herausforderung abgeschlossen. So, jetzt habe ich das Perk geschwind und jetzt guckt mich mal an, was ich jetzt kann. Ich kann hier rumspringen wie Superman und ja, damit könnt ihr hier die Leute im Turm ein bisschen trollen und einen auf Flash oder, oder, keine Ahnung, alle möglichen Leute machen. Ihr nehmt auch keinen Schaden, wenn ihr hier rumspringt und soweit ich das weiß, behaltet ihr dieses Perk so lange, bis ihr sterbt oder den Turm eben verlasst. Und wisst ihr, was noch viel cooler ist? Ihr könnt tatsächlich jetzt hier diese Challenge wieder machen. Und jetzt ist das Ganze natürlich einfacher, weil ihr habt natürlich jetzt den Supersprung. Also, Anlauf und alle, hopp, alle, hopp. Und ja, ihr habt es gesehen, das war jetzt einfach mit diesem Perk. Und ja, dieser rot glühende Guardian, den könnt ihr jetzt wirklich hier durch den Turm spazieren führen. Und ja, die Leute so ein bisschen verarschen. Ich habe tatsächlich noch niemanden anderen hier gesehen, der diese Challenge gemacht hat. Habe die selber durch Zufall entdeckt. Und ich finde es einfach unglaublich cool, Bungie dieses kleine Meme aus dem Internet hier einzubauen. Einfach eine geile Idee. Und ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Und wenn es euch gefallen hat und ihr weitere solche Videos sehen wollt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Und in diesem Sinne, haut rein, euer Alomo.